Bevor ihr dieses Video anguckt, ein kleiner Disclaimer vorweg. Das hier ist keine Anlage oder Finanzberatung. Ich präsentiere euch auf meinem Kanal lediglich meine eigene Meinung. Ich bin kein Experte. Alle Infos in diesem Video dienen zur Unterhaltung und können absolut falsch sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Aktienkong. Wir sprechen heute mal wieder über AMC, aber vorab gibt es hier ein paar Sachen zu klären. Und zwar hatte ich die Idee, wenn ihr hier bis zum 15. August meine 2000 Abonnenten voll macht, dann verlose ich zwei AMC Aktien unter meinen Abonnenten. Ich werde das nachprüfen, solltet ihr später an der Verlosung teilnehmen. Also hier schön auf den Abo Button drücken. Bevor das eigentliche Video losgeht, muss ich hier noch einige Sachen klarstellen. Wie du am Anfang jedes meiner Videos siehst, ich bin kein Finanzberater und kein Experte. Alle Investitionen, die ihr hier in AMC macht, sind eure Entscheidung. Ich habe euch nie dazu gedrängt, hier AMC Aktien zu kaufen. Ich zeige euch nur meine Informationen, meine Recherche, meine Übersetzung von anderen Recherchen und alle eure Investitionen liegen in eurer Hand. Niemand zwingt euch hier in AMC zu investieren. Ich weiß, dass viele hier einen hohen Einkaufskurs haben. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch davon überzeugt, dass hier ein Squeeze stattfinden wird, auch wenn wir hier sehr viel Achterbahn fahren mussten in den letzten zwei Monaten bzw. in den letzten acht Monaten. Ich bin ja jetzt schon seit Januar dabei und habe das alles schon durchgestanden und miterlebt. Es ist nicht einfach, es ist auch nicht was für jeden, aber das sollte jeder für sich selber entscheiden, ob er diese Reise antritt oder nicht. Alle Infos, die ich hier preisgebe, die solltet ihr natürlich selber prüfen, einen Faktencheck machen und eure eigene Meinung dazu bilden. Dann wollte ich noch mal darauf eingehen, dass es hier eine große Diskussion gab über die Aktienanzahl und dass man das ja so nicht rechnen könnte, diesen Aktiendurchschnitt. Auch wenn man sehr konservativ rechnet, kommt man definitiv auf mehr Aktien als es eigentlich gibt. Das bestätigt ja weiter nur, dass wir hier richtig liegen, was die Naked Shorts angeht. Es ist ziemlich egal, ob es 1,5 Milliarden Aktien gibt oder 10 Milliarden, definitiv sind es mehr als herausgegeben worden sind. Dann lässt sich auch noch über die Anzahl der Anleger spekulieren. Naja, wir waren Anfang Juni, 4 Millionen Anleger. Jetzt sind einige Leute davon ausgegangen, dass viele danach abgesprungen sind nach dem großen Anstieg. Ich sehe das anders, denn diese 4 Millionen kamen nur aus den USA und Kanada und gefühlt ist hier die halbe Welt investiert. Leute aus Australien, Dänemark, Deutschland, Frankreich. Alleine einer der größten YouTube-Channel hier, der AMC behandelt, der hat 10.000 Abonnenten. Vielleicht nicht alles AMC-Aktionäre, ist mir auch schon bewusst. Dennoch, wie man es rechnet, man kommt auf mehr Aktien als AMC ursprünglich rausgegeben hat und ich glaube, da sollte eigentlich auch keiner mehr Zweifel dran haben. Legen wir los mit dem eigentlichen Video und zwar die Triggerpunkte, die einen Squeeze auslösen könnten. Das sind 5 an der Zahl, die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es noch mehr, vielleicht seht ihr diese als unwahrscheinlich, wie ich eigentlich auch, aber da gehen wir später weiter drauf ein. Starten wir mit Punkt Nummer 1 und zwar Punkt Nummer 1 ist bei mir die Hedgeys geben auf, also die Hedgefonds kapitulieren und fangen hier an zu covern. Halte ich für höchst unwahrscheinlich, denn wenn man sich beispielsweise Interviews von Ken Griffin anguckt, der hat schon mal ein Statement dazu gegeben, dass er lieber hunderte von Millionen Dollar in den Sand setzen würde, eher als dass er aufgibt oder seine Firma in den Sand setzt und ich wette, die großen Hedgefonds sehen das genauso. Was die kleineren angeht, die könnten den natürlich auch einleiten, indem sie anfangen zu covern, denn der erste hat es eigentlich am besten, denn der hat noch einen niedrigen Kurs zum covern und das könnte die anderen Hedgefonds sehr unter Druck setzen, dass die auch anfangen zu covern. Dennoch Punkt 1 halte ich für sehr unwahrscheinlich. Zweiter Punkt Margin Calls der Banken Beziehungsweise Broker oder Herausgeber der Aktien. Ja, wie ihr wisst, die Hedgefonds oder Short-Seller im Allgemeinen, die haben hier eine Margin hinterlegt, das ist deren Kapital beziehungsweise deren Long-Position als Sicherheit. Das muss man halt machen, weil man beim Short-Selling theoretisch mehr als seinen ganzen Einsatz verlieren kann. Also es kann ja ins Unendliche gehen, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Und sollte diese Margin zu klein sein, also sollte der Kurs der Aktie zu weit hoch schießen, dass diese Margin nicht mehr reicht, dann erfolgt ein Margin Call. Ein Margin Call ist erstmal nicht der Auslöser für den Squeeze, denn der bedeutet nur, schafft mehr Kapital heran. Sollten die nicht in der Lage sein, mehr Kapital heranzuschaffen, dann müssen die ihre Positionen schließen. Diesen Punkt halte ich auch für unwahrscheinlich, denn die Banken verdienen hier an den Gebühren für die ausgeliehenen Aktien. Und ich glaube auch, dass hier nicht so gerne gesehen werden würde, dass die Banken so viele Sachen verliehen haben, die es überhaupt nicht gibt und immer noch weiter und weiter. Also ich denke, die stehen hier mit in der Schuld, dass es dazu kommen konnte, dass hier so viele synthetische Aktien produziert werden konnten. Punkt Nummer 3, FOMO Käufe. Ja, wie schon mal angesprochen, FOMO Käufe könnten einen Gamma Squeeze auslösen, der dann zu dem besagten Short Squeeze führen kann. Halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, denn dadurch, dass unsere ganzen Käufe im Dark Pool landen und hier ständig weiter geshortet wird, werden wir wahrscheinlich erstmal, solange die Dark Pools aktiv sind und hier weiter geshortet werden kann, keinen Gamma Squeeze sehen. Ja, und bevor wir nicht einen rapiden Anstieg im Preis sehen, der überhaupt zu FOMO Käufen führen kann, halte ich doch diesen Punkt für sehr unwahrscheinlich, denn hier wird ständig gekauft. Also wir haben ja manchmal zwei Drittel mehr Käufe als Verkäufe, manchmal sogar 80% und dennoch sinkt der Kurs. Der Punkt fällt für mich als Trigger eigentlich auch weg. So, jetzt sind wir schon am dritten Punkt von 5 und du denkst dir, ja, was soll denn jetzt überhaupt dazu führen und wenn diese Sachen alle nicht eintreten, haben wir da überhaupt noch eine Chance? Ja, die haben wir, denn die nächsten zwei Punkte werden sehr interessant. Punkt Nummer 4, die SEC greift ein. Ja, wie ihr wisst, sehr viele illegale Machenschaften und die SEC schaut nur zu. Das denke ich nicht. Der Leiter der SEC hat jetzt ein Interview gegeben und zwar hat er gesagt, dass er durch Tipps darauf aufmerksam geworden ist, dass hier die Dark Pools missbraucht werden und zwar, dass viele Privatkäufe hier nicht in der regulären Börse einfließen, über den Dark Pool stattfinden. Das darf natürlich nicht passieren, denn der Dark Pool ist ja eigentlich nur für institutionelle Käufe und Verkäufe und er sagt, die haben da ein Auge drauf oder ein, ja, also die wollen sich dem Thema eigentlich widmen. Ich hoffe, das dauert hier jetzt nicht wieder unendlich lange oder die widmen sich dem Thema erst, nachdem das ganze Thema hier durch ist. Dennoch halte ich diesen Punkt für wahrscheinlicher als die letzten drei, dass die SEC hier eingreift und die ganze Manipulation stoppt. Ich werde euch das Interview hierzu in die Videobeschreibung packen, da könnt ihr euch das selber ansehen. Ist selbstverständlich in Englisch. Ich hoffe, eure Englischkenntnisse reichen dafür und ja, im Prinzip wird da ja nur gesagt, was ich gerade wiedergegeben habe, also dass unsere Käufe in den Dark Pool umgeleitet werden, was eigentlich nicht sein darf und er hier für Transparenz einsetzen will und Markt Fairness. Kann natürlich sein, dass Citadel und Co. hier mit fairen Karten spielen, denn es ist ja nicht so, dass die schon 58 mal Strafen gezahlt haben für illegale Machenschaften. Was? 58? Na ja, da sollten wir vielleicht mal in einem separaten Video drauf eingehen. Punkt Nummer 5, der Marktcrash. Ja, wie soll uns das begünstigen, wenn der ganze Markt zusammenbricht und alle Aktien einen Satz nach unten machen. Wie schon vorhin angesprochen, die Hedgefonds haben hier eine Margin hinterlegt, die daraus besteht aus Kapital- und Longpositionen, die sie halten. Sollten ihre Longpositionen rapide sinken, so verringert sich auch deren Margin und dann fällt die Balance aus dem Ruder, dass deren Shortpositionen offiziell größer sind als deren Margin und was wiederum zu einem Margin Call führen würde, der sie entweder dazu verleiten lässt, mehr Margin zu hinterlegen oder ihre Shortposition zu schließen. Warum ist es wahrscheinlich, dass wir in der nächsten Zeit einen Marktcrash erleiden werden? Nun ja, wenn man sich anguckt, wie überschuldet viele Banken sind und auch viele, die sehr viel Einfluss und Geld haben, dann könnte man davon ausgehen, dass diese Blase irgendwann platzt und die ihre ganzen Verbindlichkeiten auflösen müssen. Dazu zählen natürlich auch verliehene Aktien, die sie dann wieder zurück verlangen müssen. Also sind das im Prinzip zwei Punkte, die dazu führen könnten, hier ein Margin Call beziehungsweise die Auflösung von Shortpositionen decken zu müssen. Hinzu kommt, dass die FED mittlerweile fast eine Billion US-Dollar jeden Tag hier in den Markt schießt und die dann am Ende des Tages wieder zurückholt. Was eine Reverse Repo ist, könnte ich auch nochmal darauf eingehen in einem separaten Video, falls ihr das wünscht. Ich hoffe, da ist jeder auf dem Stand der Dinge. Ja, prinzipiell würde ich sagen, Punkt fünf ist am wahrscheinlichsten. Der Marktcrash würde zu unserem Squeeze führen. Dazu spielt auch noch, dass AMC häufig eine negative Beta hat, was bedeutet, sie läuft im Gegensatz, sie läuft gegensätzlich des Marktes. Das heißt, steigt der Markt, fällt AMC und andersrum. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dir hat diese Zusammenfassung gefallen. Du lässt einen Daumen nach oben da und ein Abo und wir hören uns beim nächsten Mal. , bis zum nächsten Mal.